Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Lange. Was hast du da hinten gemacht? Ein netter Portal. Nichts. Merkt man. Sieht man. Ja, Freunde. Sieht man, er hat nichts gemacht. Ich war ja da vorne noch nicht so. Ich hab außerdem die vier Lapis Lazuli Blöcke mit. Ich hab in der Zwischenzeit ein paar Zombie Pigments auf mich wütend gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr schlau war. Und nicht tu die Aufnahme jetzt wieder nicht cut und ich muss mal loo loo lieber, dass ich loo loo lieber sehe. Das bei dir. Schreibt mal in den Kommentaren, falls ihr es auch mal im Programm kennt, wie das richtig aufgesprochen wird. Also ich bin dafür, dass es loo loo und erst dafür, dass es loilo heißt. Wir werden sehen, wie es heißt. Wenn jemand weiß, wie das heißt. Heißt? Heißt, ja. Wie der Wotspiele dran. Ich tu einfach netter, äh, Rack dann benutzt. Es kann man eigentlich auch, kann man eigentlich auch benutzen, netter Rack, ne? Als richtig, als richtig Deko-Block. Hm, ich mach das nicht so. Ne, das kannst du doch in den Ofen... Ohne Texture-Pack sind ja ja Gesicht da drinnen, ne? Das kannst du mit Ofen auch machen. Ne, das ist nur ein Seelensand so. Also mit deinem Texture-Pack ist ein Seelensand halt so Cremassen. Nö, die sind auch normal, ohne Texture-Pack, ne? Oder? Ne. Ne, da sind die zwar drin, aber die sieht man nicht so deutlich. Bei dem Texture-Pack, also bei Specs, was du benutzt, da sieht man die, da sind das so richtig. Übrigens, vielleicht nehmen wir dann bald mit unseren Freunden auch auf, weil es der Skype hat. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Werden. Müssen wir mal schauen mit dem Colin. Achso. Ja, der Name wird immer bei uns gesagt. Ja, also er hat jetzt Minecraft, er hat es noch nicht. Also er hat es noch ein Neueinkraft, aber er hat es noch nicht. Ich habe jetzt außerdem schon ein Stick-Quarz-Blöcke. Ja, ich setze, ich sehe mal auf WhatsApp dann Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man es in den Server hinzufügt. Schritt-an-Schritt-Leitung, wo man so einen Server hinzufügt. Oder Schritt-für-Schritt-Anleitung. Halt das. Worte, ich habe ein Stick-Quarz schon wieder. Ich habe auch schon ein Stick. Ich muss Loilo ein bisschen offen haben, dass ich das auch wirklich richtig sehe. Meine hat noch 282 Debility. Meine Pig-Axe. Tust du das immer mit F3 und H gucken? Ja. Oder ich weiß nicht. F3 und H, da kann man das anzeigen lassen, ne? Hm. Ja. Ah, meine Spitzhack ist wieder kaputt. Eine zweite, ein netter. Ja, hallo scheiß Pig-Man. Ach komm, jetzt kommen wieder die ganzen Pig-Mans auf mich. Ah. Ihr seht hier aber gerade nur dreimal oder so gesteckte Zombie-Pig-Man. Was macht ihr da? Hm. Ja, also ich würde sagen, die letzten 6, 7, 8 Folgen haben wir jetzt am Stück aufgenommen. Also ich würde jetzt nicht wundern, warum wir keine Kommentare beantworten oder so kommen wir nicht. Ja. Wir werden dann glaube ich auch Sachen, wollen wir mal aufhören, das zu machen. Also unsere Aufnahmesession zu Ende ist. Dass ihr dann Kommentare drunter schreiben könnt unter die jeweilige Folge. Aber wir waren, also ich werde glaube ich mal dann morgen Video hochladen oder so mal gucken. Muss ich mal gucken. Ich kann nicht, ich will es eigentlich. Hast du eigentlich noch so welche? Ich lade vielleicht heute, wenn ich kann alle Videos hoch. Muss man schauen. Also ich kann das nicht. Ich muss, ich tue da auch wirklich. Ich bin bei mir da auch immer bei 10 Minuten, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Da weißt du, ich würde halt richtig die Bearbeitung machen. Ich mache Hintergrundmusik, dann noch paar. Ich mache vielleicht auch mal schon ein paar Biotons. Nimm doch einfach hier Game of Freimusik hier. Und ich meine, ich mache auch noch, ob die White Zone. Ja, ich nehme, ich nehme sie dann auch bald. Ey, das ist richtig gut. War kein Kanal, das sollte bloß auch eigentlich sein, ne? Also, es war kein Kanal. Wieso steht hier eine Fackel auch auf dem Ding, bis da Ela war? Wo einem besteht, denke ich mal, so eine Fackel. Hier war schon mal, vielleicht war ich doch, die Fackel dann gesetzt hat. Naja. Na, vielleicht war ich das. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich, vielleicht bin ich gar nicht Tim, sondern meine, naja. Oder Janik. Ja. Ich werde nachher noch trotzdem nochmal nennen. Genau, dann ultimative Verarsch. Ich bin gar nicht, ich heiß Janik anstatt zum, wenn er mein Bruder ist. Du bist ein bisschen umformen lassen. Hm. Warten, warten. Weil mir ist gerade das Echo, das gerade uns. Da kann man nur sechs Stunden. Ja. Genau, aber schön, dass du das in der Folge ausdiskutierst, ne? Ja. Also, wir haben eine 40 Stunde Kunst. Mal gucken, wie ich den Schmetterling hinkriege. Ja, wir müssen nämlich den Kunst nicht schmetterlingen. Ich bin der immer noch nicht fertig. Stimmt, da muss ich mal meine Farben mitnehmen. Weil wir waren nämlich krank eine Woche. Du weißt aber schon, dass du das vielleicht zu Hause beenden solltest? Ich weiß. Aber ich habe die Farben vergessen mitzunehmen. Du hast keine Farben zu Hause. Hm. Das ist doch cool. Ich habe 36 schon, also in Level. auf mich kriege ich auch mal eine. Ich kenne mich auch. No, ich kann jetzt nie kein Blocker bauen. Also, in Zirnwanderung nicht so gut. Warte mal. Ich bin auch für 95 im Netter. Beziehung für mich. Und ich glaube, wir haben mich gerade schon mal aufgebaut. Bist du eigentlich? Welche Höhe? Warte, ich fallkopf. ich bin auf höhe oder und bringen 22 nicht auf 8 nur zu retten um ganz klar mann das ist ja los doch und es wäre jetzt auch ich habe schon ganz viel gebraucht klo stein wo wir oft und wo wir oft gehen waren habe ich das in die kiste getan klo stein ja klo stein muss ich mich mit erbten und los stein mit uns hat muss ich mich mit und ich bitte nachher gar nicht noch was essen ich muss übrigens mal schauen wie viel das video hier kommen also wenn ihr das video hier komplett schaut mit allen fahren und so dann respekt als eigentlich nicht und schreibt es drunter ich muss euch mal sagen also zum beispiel jetzt hier 1 1 2,8 die gigabyte sind jetzt ein bisschen noch nicht mehr so dolle soll jetzt die 15 minuten immer aufnehmen das ist auch ein bisschen gut weil da kann ich auch nicht da kann ich die folgen schneller hochladen weil ich bin einfach weil leute wenn ihr zwei stunden videos macht den dinger nehmen so viel speicherplatz weg wer wie bei zum beispiel bei mir ich habe nur noch 186 frei er hat er dann erst gemerkt ich habe immer noch ein reise laufen ja kein wunderschöner spielst du da spiele da sind wir wieder die sich die so ich bin der König der Welt und ich kann einfach kein ich krieg kein XP wenn ich äh Matarag Abbau war das einfach so richtig leicht ist ich höre die ganze Zeit Leute und das sind Zombie Pigment du holst genau in Skype die Zombie Pigments kommen in Skype und hallo Herr Zombie Pigment wie geht's in die blablabla so nach dem Motto das mein Motto ist bisher und ich hab so das Gefühl mein Intro ist viel lauter als meine Stimme tatsächlich im Netzplay wahrscheinlich weil naja vielleicht steh ich mich ja irgendwann noch lauter muss schauen ja genau das kannst du auch in Luilo machen kann ich mich mal dann tpn ja ich schreibe schon mal nö ich muss sowieso noch was machen ich wollte mich noch ein bisschen ob sie abbauen ja genau diese schöne Nenner jetzt ist hier überhaupt was drinnen ja mal schauen ob ich die looten kann hier oben noch Quarz also wer es interessieren will mag ich natürlich auch in der Beschreibung ich spiele mit BeMine mal wieder habe ich ja auch in der ersten Folge schon von in diesem Netzplay gesagt ne BeMine ist nur ein add-on also das ist kein richtiges ich spiele mit Fasen 100k und BeMine also BeMine ist oben und Fasens unten wenn ich das nicht verstehen sollte never trotz dass man keine landen braucht eigentlich ist hier trotzdem ziemlich dunkel ich bin halt nicht mit Specs weiter sind Texturen die kennt jeder schon ja ich bin halt mit Techgepacks ja das ist leider schon leer gefahren da kommt alles die netherfestung nur noch netherweg übrig eigentlich hier am computer ist doch nicht ist netter unendlich ne am computer ist es nicht er ist es unendlich oder weiß ich nicht weiter an der playstation da xbox oder playstation ist es nämlich nicht unendlich er ist es unendlich da unten hockt einfach ne loo das ist bei dir ja genau wir können auch braustand apropos ja stimmt aber die loo bei mir bei vor der lava ich weiß drauf einfach ach so leuchtet ich hab 37 level äh ja bin level 37 anscheinend die folge mit dem silber schon hochgeladen ja was welche folge ne mit dem skeletten von akku ich hätte mehr wirklich hochgeladen haben wenn ihr das video schaut weil ich ihnen nach der folge endlich damit nerven werde warte mal ich möchte mich mal tp nun in die lava springen werden wir ich gebe die ich gebe die ich gebe die ich gebe die ich habe ein wasser einmal mit mehr damit war cool hat er das in loo auf verdammte fände die einen zu brennen hat auch gesehen ist eine abgeprallt der fall ja schön hat er den nicht getroffen hallo ja ich habe genau wir brauchen den wir brauchen den wir brauchen den verdammt der spawnt lohnt obwohl ich doch ganz gut ich habe auch einen gefunden lohnstäbe ja ich habe auch ein ich habe auch einen gefunden lohn ja ich habe auch einen lohnbisburne gefunden aber ich habe zwei lohnstäbe ich auch hier ist ein kleiner zombie der will mich nicht angreifen gut ich werde sonst zwei minuten würde man dann die folge beenden warte ich würde mir kosten passen ja also ich würde sagen können wir auch nochmal zusammen mit weitermachen ja für meine zuschauer ist die folge zu ende meine auch ich jetzt mal dann können wir hier die folge beenden so wir sehen uns dann nächstes mal und bye bye so tschüss